Als erfahrene Aktivistin erhielt Rosa Parks eine Hauptrolle in dem kommunistischen Stück die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Sie spielte von 1955 bis zu ihrem Tod 2005 ihren Part 50 Jahre überzeugend, den der kleinen mutigen Schneiderin, die sich weigerte, ihren Sitz im Bus einem Weißen zu überlassen. Parks war nicht die erste Schwarze, die festgenommen wurde, weil sie sich weigerte, in dem hinteren Teil des Busses Platz zu nehmen. Die anderen zwei Kandidatinnen wurden als gänzlich ungeeignet abgelehnt, weil sie die Gewaltneigung und den unterdurchschnittlichen IQ darstellten, der die Rassentrennung zu einer Notwendigkeit macht. Noch viel wichtiger ihnen wurden, nicht so wie Rosa Parks, die Schriften von Karl Marx und die Taktik der kommunistischen Partei nicht richtig eingeschärft. Das Drehbuch Uns wird erzählt, dass am 1. Dezember 1955 eine 42-jährige Afroamerikanerin namens Rosa Parks, die als Schneiderin arbeitete, in Montgomery, Alabama in den Bus einstieg, um von ihrem Arbeitsplatz nach Hause zu fahren. An diesem Tag in diesem Bus leitete Rosa Parks ein neues Zeitalter im amerikanischen Streben nach Freiheit und Gleichheit ein. Sie saß in der Nur-für-Neger-Abteilung in der Mitte des Busses, genau hinter den zehn Sitzen, die für weiße Fahrgäste vorgesehen waren. Als mehr Fahrgäste zustiegen, wies sie der Fahrer an, ihren Sitzplatz aufzugeben, damit ein Weißer dort sitzen konnte. Mrs. Parks lehnte es ruhig ab, ihren Sitzplatz zu räumen. Ihre würdevolle Tat war spontan und unvorbereitet. Als ich die Entscheidung traf, sagte sie später, wußte ich, dass ich die Kraft meiner Ahnen auf meiner Seite habe. Sie wurde festgenommen und ging wegen Verstoßes gegen die Gesetze der Rassentrennung in Haft, bekannt als die Jim Crow Gesetze. Mrs. Parks ging juristisch gegen ihre Festnahme vor und stellte somit die Rechtmäßigkeit der Rassentrennung in Frage. Die Festnahme inspirierte Bewohner der Stadt, spontan einen Boykott des Busbetriebes von Montgomery einzuleiten. Eine Gruppe namens Montgomery Improvement Association, Vereinigung zur Verbesserung in Montgomery, bestehend aus lokalen Aktivisten und Geistlichen, organisierten den Boykott. Als ihren Anführer wählten sie den jungen baptistischen Priester Martin Luther King Jr. aus, der in Montgomery bis dahin unbekannt war. Beflügelt durch Mrs. Parks mutige Tat dauerte der Boykott 381 Tage bis zum Dezember 1956, als der oberste Gerichtshof der USA entschied, dass die Gesetze zur Rassentrennung gegen die Verfassung waren und sie für Busse in Montgomery aufgehoben sind. Der Busboykott von Montgomery war der Beginn eines revolutionären Zeitalters der gewaltfreien Massenproteste zugunsten der Bürgerrechte in den USA. Im Süden der USA waren die Stadtbusse der Zündfunke für Bürgerrechtsaktivisten. Es brauchte jemanden mit dem Mut und dem Charakter von Rosa Parks, um diesen Funken auszulösen. Und es erforderte die Hingabe der gesamten afroamerikanischen Gemeinschaft, die durch diesen Funken ausgelösten Flammen zu den Feuern der Bürgerrechtsrevolution zu schüren. Allein durch die Kraft ihres Willens hat sie eine Revolution in Gang gesetzt, die bis zum heutigen Tage andauert. Die unbequeme Wahrheit. Am 2. März 1955, elf Monate vor der Festnahme von Rosa Parks, lehnte Claudette Colvin es ab, sich in den hinteren Teil des Busses zu setzen. Als die Polizei von Montgomery sie festnahm, schrie und trat sie, beschimpfte die Polizei und Schaulustige. Sie wurde wegen Ruhestörung, Körperverletzung und Verstoß gegen die Rassentrennung angeklagt. Letztlich wurde sie wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 10 Dollar und einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Die anderen Anklagen wurden fallen gelassen. Die 15-jährige Colvin, die als zu Wutausbrüchen und Fluren neigend beschrieben wurde, wurde kurz nach ihrer Festnahme durch einen weit älteren Mann schwanger. Bis zum heutigen Tage spricht niemand über den nicht identifizierten Vergewaltiger und keine Anklagen wurden erhoben. Colvin war im Jugendrat der schwarzen Lobby-Organisation der USA, NAACP, aktiv und wurde von niemand anderem betreut als Rosa Parks. Es war die Organisation, die mich dazu brachte, sagte laut der Detroit Free Press vom 4. November 2005 Claudette Colvin später, die Polizei hat mich beschuldigt, sie gekratzt zu haben. Das kann sein, ich kann mich nicht erinnern, ich war sehr aufgeregt, ich habe lange Fingernägel. Am 21. Oktober 1955, sechs Wochen vor der Festnahme von Rosa Parks, wurde die 18-jährige Mary Louise Smith festgenommen, weil sie sich der Anweisung des Busfahrers widersetzte, ihren Sitzplatz für einen weißen Mann freizumachen. Nach einer Zahlung eines Bußgeldes von 9 Dollar wurde sie freigelassen. Smith war eine Highschool-Abbrecherin und Hausfrau. Sie lebte anscheinend unehelich mit ihrem Vater, der weithin als Alkoholiker bekannt war, in einer heruntergekommenen Baracke. Lange vor dem Heldenstück von Rosa Parks schon, wurden die Gesetze der Rassentrennung bei der Benutzung von Eisenbahnen in den USA aufgehoben und in einigen Städten des amerikanischen Südens hatten schon Schwarze gegen die Rassentrennung in Bussen demonstriert. Es gab sogar schon einen großen Busboykott im Jahr 1953 in Baton Rouge, Louisiana. Als Rosa Parks festgenommen wurde, stand ihr Anwalt Clifford Durr schon mit dem Geld für ihre Kaution bereit. Er reichte einen Einspruch gegen ihre Festnahme ein. Die Darsteller posierten für Fotografien. Durr war ein enger Mitarbeiter von Jessica Midford, einer Funktionärin der Kommunistischen Partei. 1949 trat er in die Kommunistische Tarnorganisation nationale Juristenzunft ein. Er wurde später Vorsitzender dieser Zunft. Danach eröffnete Durr eine Kanzlei in der Hauptstadt Washington und vertrat ehemalige Angehörige der Bundesverwaltung, die aufgrund des Treueeides auf die USA ihre Posten verloren hatten. Durr vertrat auch Frank Oppenheimer, den ersten Direktor des Atomforschungszentrums von Los Alamos und Mitglied der Kommunistischen Partei. Joanne Robinson, eine schwarze Aktivistin, die in der High School und in der Staatsuniversität von Alabama unterrichtete, fungierte als Präsidentin des politischen Frauenrats WPC in Montgomery, einer weiteren kommunistischen Tarnorganisation. Sie hat die Strategie für den Busboykott Monate vor der Geschichte mit Rosa Parks festgelegt. Robinson wurde mit Druck und Verbreitung von Flugblättern beauftragt, welche die Festnahme von Parks verurteilten und den Busboykott verkündeten. Mehr als 52.000 dieser Flugblätter waren am nächsten Morgen zur Verteilung bereit. In der offiziellen Geschichte heißt es, dass Robinson die ganze Nacht auf war und getippt und vervielfältigt hat. Als Sekretärin und Direktorin für die Jugend der schwarzen Lobby NAACP des Ortsverbandes Alabama war Parks eine erfahrene Aktivistin. In der Tat übte sie eine große Macht in diesem Ortsverband aus. Sie war diejenige, die Martin Luther King Jr. bemerkte und ihn bat, dem Exekutivkomitee beizutreten. Sie nahm auch an den Treffen teil, auf denen sich die Führer der NAACP in Montgomery gegen die Verwendung von Colvin und Smith als Testfälle entschieden. Vor Rosa Parks geplanter Festnahme wegen Verstoßes gegen die Rassentrennung hat die Führung der NAACP von Alabama bereits ihren Besuch der Highlander Volksschule in Mont Eagle, Tennessee veranlasst. Parks nahm dort am Sommerkurs im Jahre 1955, 56 und 57 teil. In einem Brief an FBI-Direktor J. Edgar Hoover schrieb ein eingeschleuster Agent, Zitat, Zitat Ende Ein weiterer Bericht an J. Edgar Hoover beschreibt diese Schule, die 1932 gegründet wurde, als eine kommunistische Fassade, deren Zweck es ist, besser ihre Gewerkschaften zu kontrollieren, wie sie ihre Streiks herbeiführen und fortsetzen können. Ein dritter Bericht beschreibt die Schule als kommunistische Propaganda verbreitend und Aufrührer und Ideologen ausbildend. In einem 1995 veröffentlichten Buch schreibt der Verfasser John Egerton, Zitat, Die Highlander Schule hat 1954 mit Sommerkursen für die Aufhebung der Rassentrennung in öffentlichen Schulen begonnen, unmittelbar nachdem der oberste Gerichtshof der USA die Rassentrennung in staatlichen Schulen als gegen den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung feststellte. Die NAACP von Montgomery wollte einen Abgeordneten im nächsten Jahr zur Highlander Schule schicken. Sie wählte ihre Direktorin für Jugend, Rosa Parks. Zitat Ende. Im Buch von John Egerton ist ein Foto von Parks in der Schule aus dem Jahr 1957 enthalten. Laut dem Verfasser fand jedoch ihr erster Kurs in der Schule nur einige Monate vor ihrem im vorderen Teil des Busses Platznehmen im Dezember 1955 statt. Nach dem Boykott zog die angeblich kleine Näherin mit ihrem Ehemann nach Michigan, wo sie die Büroleiterin des Kongressabgeordneten John Conyers wurde. Die NAACP 1909 wurde die Bildung der Nationalen Vereinigung zur Förderung von farbigen Menschen, NAACP, von den führenden Linksradikalen dieser Ära vorangetrieben. Der Bostoner Anwalt Morefield Story wurde als ihr erster Präsident angeworben von 1910 bis 15. Story war ein aktives Mitglied der kommunistischen Tarnorganisation Antiimperialistische Liga. Von 1915 bis 1939 wurde die NAACP von Joel Spring Garn geführt, der Vorsitzender des Vorstandes, des Verwaltungsrates und Präsident war. Ihm folgte sein Bruder Arthur als Präsident von 1940 bis 1966, der die Führung an Kaivy Kaplan von 1966 bis 1975 weitergab. Alle drei Männer waren Juden. Bei seiner Gründung hatte der Verwaltungsrat nur ein bekanntes schwarzes Mitglied, den Beauftragten für Forschung und Öffentlichkeitsarbeit und Herausgeber ihrer Monatszeitschrift Die Krise, WEB Dubois. Dubois begrüßte 1917 die bolschewistische Revolution in Russland und besuchte Moskau in den Jahren 1926 und 1936. Ihm gefiel besonders die kommunistische Einstellung zu völkern und bezeichnete die Neger in den USA als nationale Minderheit und nicht als schwarze Minderheit. 1923 erhielt die NAACP erstmals Zuwendungen der vom FBI kontrollierten kommunistischen Tarnorganisation Garland Stiftung, benannt nach dem Börsenmakler James Garland. Funktionäre der Stiftung waren unter anderem Morfield Story. Auf dem vierten Landesparteitag der Kommunistischen Workers' Party 1925 wurde den Genossen erzählt, dass es Zitat für Kommunisten zulässig und notwendig ist, die Treffen der NAACP zu besuchen und Vorschläge zu machen, um die Masse der Neger der USA über das Wesen und die Notwendigkeit des Klassenkampfes aufzuklären. Zitat Ende. 1928 arbeitete die Kommunistische Internationale, Comintern, mit der NAACP an einem von Negern kontrollierten eigenen Staat, welcher aus allen zusammenhängenden Gebieten im Süden der USA bestehen sollte, die eine schwarze Mehrheit haben, der sogenannte Schwarze Gürtel. 1930 arbeitete die Comintern daran, die Neger des Südens zu organisieren, um einen eigenen Staat mit eigener Regierung im Süden der USA zu gründen. Unterdessen wurden jedoch Dubois Ansichten so offenkundig kommunistisch, dass er den Juden der NAACP, die unbedingt von finanziellen und anderen Zuwendungen aus dem Weißen Haus abhängig waren, zu einer Belastung wurde. 1934 wurde Dubois aus der NAACP ausgeschlossen und widmete sich fortan mit voller Energie kommunistischen Projekten. Die Entfernung von Dubois aus der NAACP bedeutete keineswegs, dass sich die Organisation vom Kommunismus abwendete. 1938 schickte die NAACP eine Delegation zur kommunistischen Veranstaltung Weltjugendkongress. Und in den 40er Jahren stand die NAACP der amerikanischen Jugend für eine freie Welt nahe, der amerikanische Zweig des Weltbundes der demokratischen Jugend ebenfalls eine kommunistische Organisation. Am 30. September 1953 rief das Organ der Kommunisten in den USA, der Daily Worker, ungewöhnlich offen zur Unterstützung der NAACP auf. Zitat, es sollte für uns Kommunisten klar sein, dass wir alle Kampagnen der NAACP auf jede mögliche Weise unterstützen. Zitat Ende. Vier Jahre später erschien im Daily Worker vom 19. Februar 1957 ein ähnlicher Aufruf. Zitat, Kommunisten in den Gewerkschaften sind daher angewiesen, ihre Gewerkschaften dazu zu bringen, die NAACP zu unterstützen. Kommunisten sind angewiesen, dazu beizutragen, die Anzahl unserer Mitglieder und unseren finanziellen Einfluss in der NAACP zu erhöhen. Zitat Ende. 1965 fand sich die NAACP mit berüchtigten kommunistischen Führern zusammen, um dem verstorbenen Du Bois, der als Ort der ewigen Ruhe das damals kommunistisch beherrschte afrikanische Ghana wählte, ein Denkmal zu setzen. In seiner Autobiografie schrieb Du Bois, ich glaube an den Kommunismus, ich glaube daran, dass Wohlstand und Sozialleistungen nach Notwendigkeit verteilt werden sollten. Einst dachte ich, dass diese Ziele auch in einer kapitalistischen Ordnung erreicht werden könnten. Ich bin nun der Überzeugung, dass Privatbesitz und Kapital sowie eine freie Wirtschaft die Welt in den Abgrund führen. Ich weiß, dass der Sieg des Kommunismus eine langwierige und schwierige Aufgabe sein wird und Fehler jeglicher Art nicht ausbleiben werden. Zitat Ende. Vor seiner Ernennung zum Richter des obersten Gerichtshofes im Jahr 1939 übte der Jude Felix Frankfurter, ein unerschütterlicher Kommunist, die Funktion eines rechtlichen Beraters der NAACP aus. Diese innige Verbindung hat Frankfurter nicht davon abgehalten, bei Entscheidungen juristische Fälle zu erörtern und zu verabschieden, welche einen unmittelbaren Bezug zur NAACP hatten. Frankfurter war ein Gründungsmitglied der amerikanischen Bürgerrechtsvereinigung ACLU, die pro-kommunistisch war. Ihm wird zugeschrieben, die Balfour-Deklaration entworfen zu haben, die 1917 von Großbritannien verkündet wurde. Darin erklärt sich das Königreich mit dem Ziel des Zionismus einverstanden, in Palästina, das zur Zeit der Verkündung Teil des Kriegsgegners Osmanisches Reich war, eine, Zitat, nationale Heimstätte des jüdischen Volkes zu errichten. Am 5. Mai 1920 wurden zwei italienische Einwanderer namens Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti, die Verbindungen zur kommunistischen Partei hatten, verhaftet und wegen Raubmordes an einem Zahlmeister und seinem Sohn im Bundesstaat Massachusetts angeklagt. Die COM intern drängte alle Kommunisten, Sozialisten, Anarchisten und Gewerkschafter dazu, Sacco und Vanzetti zu retten, die zum Tode verurteilt wurden. Genosse Frankfurter, zu der Zeit Professor des Rechts an der Elite-Universität Harvard, tat mehr für die Rettung der beiden Männer als jede andere und versammelte hierfür, in Anführungszeichen, angesehene Experten. Er beschuldigte den Staatsanwalt der Ausnutzung der allgemeinen Angst vor dem Kommunismus und der Vorurteile gegen Einwanderer. Der Versuch scheiterte und beide Angeklagte wurden am 23. August 1927 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Die Highlander Volksschule Das Personal der Schule Direktor Miles Horton Bevor er 1932 die Highlander Volksschule gründete, war Miles Horton, ein Mitglied der Liga junger Kommunisten, Präsident des Commonwealth College in Miener, Arkansas. Dieses College wurde von dem Volksinstitut für angewandte Religion kontrolliert, das von der kommunistischen Partei organisiert wurde. Der Zweck des Commonwealth College war es, Leute auszubilden, um die Kirchen im stark religiösen Süden zu unterwandern und zu beeinflussen und sie mit in religiöse Floskeln verpackten Marxismus zu indoktrinieren. Das College wurde vom Stadt Arkansas geschlossen, weil es einen Mangel an Zurückhaltung zeigte. Unter anderem zeigte es offen die Flagge mit Hammer und Sichel. Vorsitzender James Dombrovsky Dombrovsky war Geschäftsführer der Bildungsstiftung des Südens, SCIF. Die Organisation war ein Nachfolger der Südlichen Vereinigung für menschliche Wohlfahrt. 1944 beschrieb ein Kongressausschuss sie wie folgt. Sorgfältige Untersuchungen ihrer Aktivitäten werden enthüllen, dass die Organisation der Förderung von Sowjetpolitik dient. Schlüsselstellungen sind in den meisten Fällen von Personen besetzt, die eine Linientreue mit der kommunistischen Partei aufweisen. Ähnlich beschrieben, im Jahre 1947 gab sich die Vereinigung eine neue Fassade und tauchte 1948 als Bildungsstätte des Südens wieder auf. Die Organisation behielt dasselbe Hauptquartier, dieselbe Adresse, dieselbe Telefonnummer, dieselben Publikationen und denselben Geschäftsführer. Der Unterausschuss für Innere Sicherheit des Senats beschrieb die Bildungsstiftung des Südens 1954 als eine der kommunistischen Keilriemen für den Süden. Eine Organisation, durch welche die Kommunisten ihr Parteiprogramm durchsetzen wollen. Dombrovsky hat annähernd 60 Erwähnungen in Berichten von Untersuchungsbehörden der Regierung, die ihn mit verschiedenen kommunistischen Organisationen und Projekten in Verbindung bringen. Paul Crouch, der sich nach vielen Jahren als der führende Kommunist des Südens der USA von der Ideologie abwendete und der Zersetzung und Revolution für die sowjetische Führung in Moskau lehrte, sagte vor dem Untersuchungsausschuss für Innere Sicherheit des Senats folgendes aus. Zitat, Dr. Dombrovsky sagte mir bei mehreren Gelegenheiten, dass er es vorziehe, ein linker Sozialist anstatt ein Kommunist genannt zu werden, da er der revolutionären Bewegung besser unter der Bezeichnung Sozialist dienen könne als unter der Bezeichnung Kommunist. Gefragt, ob dies eine übliche Gepflogenheit unter den hochrangigen Sowjetvertretern sei, antwortete er, jawohl, mein Herr. Crouch sagte weiter aus, dass während eines Treffens der Leitung der Highlander Volksschule, bei welchem er anwesend war, die folgende Strategie erörtert wurde. Das Ziel war es, einen Plan auszuarbeiten, den Daily Worker den Schülern der Highlander Volksschule zugänglich zu machen. Die Ausbilder würden sich auf den Daily Worker beziehen und die Schüler ermutigen, ihn zu lesen. Es wurde sich außerdem darauf geeinigt, dass die Kommunistische Partei einen ihrer Führer an die Schule als Schüler schicken sollte. Mildred White wurde ausgewählt, die Schule zu besuchen, um für die Kommunistische Partei zu rekrutieren und das Parteiprogramm unter den Schülern zu verbreiten. Mit Dombrovsky arbeiteten die Bereichssekretäre der SCIF Karl Braden und seine Ehefrau Anne zusammen. 1954 wurde Braden zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er eine Bombe in dem Haus eines Negers zündete, der vor kurzem in eine von Weißen bewohnte Nachbarschaft gezogen ist. Er verübte die Tat, um sie in False-Flag-Manier den Weißen Nachbarn anzuhängen, eine übliche kommunistische Taktik. Während Bradens Verhandlung wegen Aufruhrs wurden sie von der Undercover-Agentin Alberta Ahern als Kommunisten identifiziert. Ahern sagte vor Gericht aus, dass Braden ein Bereichsorganisator der Kommunistischen Partei war und ein Unterstützer des berüchtigten Fair Play for Cuba-Komitees. Anne Braden wurde auch vom Bundesstaat Kentucky für ihre Arbeit für die Kommunistische Partei wegen Aufruhrs angeklagt, was die sogenannte amerikanische Bürgerrechtsunion ACLU dazu veranlasste, gegen Kentuckys Gesetz gegen einen gewaltsamen kommunistischen Sturz der Regierung vorzugehen. Innerhalb eines Jahres revidierte der oberste Gerichtshof das Urteil Kentuckys wegen Aufruhrs und das Ehepaar Braden wurde freigesprochen. Sylvia Horton, Ehefrau des Schuldirektors Miles Horton, Lehrerin für Musik- und Theaterwissenschaft, Mitverfasserin der kommunistischen Kampfhymne We Shall Overcome. Richard Goethe, Direktor des Jugendlagers, ebenfalls Direktor des amerikanischen Jugendkongress eines kommunistischen Projekts. Wegen seiner deutschen Abstammung in Berichten des FBI als der Kommi-Crowd beschrieben. Im Beratungsausschuss der Schule Dr. der Theologie Reinhold Niebuhr, Professor beim Union Theological Seminary, Kommunist, Gründer der gegen das Dritte Reich gerichteten amerikanische Freunde der deutschen Freiheit. Dr. der Theologie Arthur Swift, Professor beim Union Theological Seminary, Kommunist. Anmerkung zum Union Theological Seminary. Hochwürden Harry Ward, Dekan dieses Priesterseminars in New York, war 1920 Vorsitzender der sogenannten amerikanischen Bürgerrechtsunion ACLU. Im Jahr 1908 war er Gründer der ältesten, in offiziellen Berichten erwähnten kommunistischen Tarnorganisationen in den USA, dem Methodistischen Bund für Soziales Handeln. Ein Jahr später spielte er eine Rolle bei der Bildung des Bundesrates der Kirchen, Vorgänger des heutigen Nationalen Kirchenrates der USA, in der 100.000 Gemeinden mit 45 Millionen Menschen organisiert sind. Ward wird in FBI-Berichten als der Rote Dekan beschrieben. Mary van Kleeck, Leiterin der Frauen- und Gewerkschaftsliga. Dr. George S. Counts, Aktivist der Lehrergewerkschaft. In den frühen 30er Jahren schrieb er mehrere Bücher, welche die Sowjetdiktatur priesen, darauf hinwiesen, dass sie ein neues Zeitalter eingeläutet hätte. Dr. der Theologie Sherwood Eddy, Episkopale, Kommunist, Gewerkschaftsaktivist und Befürworter der Geburtenkontrolle. Im Jahr 1936 wurde er von einer Gruppe von Plantagenbesitzern ausgepeitscht, weil er dabei half, einen Streik der Gewerkschaft der Baumwollpflücker zu organisieren. Franz Dienel, Präsident der Gewerkschaft der amerikanischen Arbeiter der Schiffsbauindustrie, Angestellter der Gewerkschaft der Arbeiter der Vereinigten Kleidungsindustrie, Kommunist. Roger Baldwin, Gründer und Direktor der ACLU, Jude, Kommunist. Hochwürden William Spofford, Episkopale, Aktivist in der Textilgewerkschaft, Anhänger der Sowjetunion. Quelle Stalins christliche Söldner, Hammer, Sichel und Kreuz, 1933 bis 1955, von Jim Tuck. Laut der Broschüre der Heiländer Volksschule waren ihre Ziele Der Entwurf von Flugblättern, Postern und anderen Druckerzeugnissen, Ausbildung in Journalismus, Gewerkschaftsaktivismus, Schlichtungspolitik der Gewerkschaften, demokratische Methoden und Beschaffung von Geldern, Studium der Philosophie und Methoden der genossenschaftlichen Bewegung, Theateraufführungen und gemeinschaftliche Diskussionsgruppen, Entwicklung von Kultur- und Bildungsprogrammen. 1960 bekam die Schule von einem Gericht in Tennessee die Lizenz entzogen, nachdem die Staatspolizei die Schule durchsuchte und Festnahmen wegen illegalem Alkoholbesitz, öffentlicher Trunkenheit und Ruhestörung durchführte. Kurze Zeit später sind ihre Gebäude auf mysteriöse Weise niedergebrannt. Die Requisiten Am 1. Dezember 2000 war Rosa Parks Ehrengast, als die Troy Staatsuniversität in Montgomery, Alabama ihre 10 Millionen teures Rosa Parks Bibliothek und Museum einweihte, eine 5000 Quadratmeter große Einrichtung, welche sich an der Stelle der Stadt befindet, an der Parks sich anno 1955 weigerte, ihren Sitzplatz für einen weißen Mann freizumachen. Zumindest erzählt man uns das. Der Erlebnispark und der Bücherladen erhalten liebevoll die offizielle Version der Ereignisse, die dazu führten, dass Rosa Parks zur Mutter der Bürgerrechtsbewegung gekrönt wurde. Sie verkaufen dort auch Kappen, T-Shirts, Kaffeetassen und andere Andenken, ähnlich einem Holocaust-Museum. In der Einrichtung befindet sich ein Original-Omnibus aus den 1950er Jahren, in dem die Besucher über Lautsprecher vom Band eine barsche Stimme hören können, die den schwarzen Insassen befiehlt, sich in den hinteren Teil des Busses zu begeben. Die Wiederherstellung des Busses der Firma General Motors dauerte neun Monate und verschlang 125.000 Dollar. Die US-Bundesregierung übernahm 80% der Kosten und den Rest übernahm die Stadt Montgomery. Montgomerys Bürgermeister Bobby Bright sagte, er hoffe, dass der Bus ein Schritt zur Überwindung der Kluft der Rassen in der Stadt sein würde, welche inoffiziell immer noch rassisch getrennt ist. Der Bus ist ebenfalls ein Teil des Öffentlichkeitsprogramms der Schulen, um Schülern eine rollende Geschichtsstunde des Busboykottes nahezubringen. 1996 erhielt Rosa Parks vom Präsidenten die Freiheitsmedaille. 1999 wurde sie mit der Goldmedaille des Kongresses ausgezeichnet. Beide sind im Museum ausgestellt. 2005 wurde der Leichnam von Parks als erste Frau vor ihrer Beisetzung im Kapitol in Washington aufgebahrt. Senator John Kerry hat einen Gesetzesentwurf eingereicht, ihrer in der Halle des Kapitols mit einer Statue zu gedenken. Die Statue wird ganz deutlich ihre und die großen Verdienste der Afroamerikaner herausstellen, sagte Kerry zu Reportern. Kerry stellte seinen Gesetzesentwurf am 3. November vor, dem Tag, an welchem Parks zu Grabe getragen wurde, nach neun Tagen des Gedenkens, einschließlich eines siebenstündigen Begräbnisses in Detroit und landesweiter Trauerbeflaggung. Ich kann mir keine Person vorstellen, die es mehr verdient hat, sagte Kerry. Jeder Amerikaner muss an ihr Vermächtnis erinnert werden und ein Weg, um ihr Vermächtnis am Leben zu erhalten, ist, jeden, der durch das Kapitol geht, Schüler, Familien, Kongressabgeordnete und Präsidenten, dass sie sich weigerte, sich still in den hinteren Teil des Busses zu setzen. Und wir müssen ihrem Beispiel folgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017